Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Risen 3 Titan Lords. So, gut, ähm, so weit, so gut, ähm, jetzt müssten wir zu Admiral Alvarez fahren, segeln, irgendwie, aber ich möchte noch das mit dem großen Tor schaffen. Darf ich da jetzt rein schon? Sonst rückt er mir nie mehr von der Pelle. Darf ich jetzt schon durch das Tor? Bei Kieler sind wir jetzt soweit fertig, ne? Ja, ähm, ich möchte jetzt eigentlich kein Schamane werden, ich wollte ja immer Mark jetzt eigentlich mir anschauen. Die Kieler sind ein starkes Volk. Okay. Ähm, ich würde sagen, ich probiere es einfach mal, weil es ist eh der, der Teleportpunkt gleich in der Nähe. Vielleicht habe ich jetzt Glück und ich darf durch. Ähm, muss ich mir das ausrüsten? Das habe ich noch nie probiert. Na, da geht nichts zum Ausrüsten. Natürlich kann ich nichts ausrüsten, bin hier dumm. Ähm, das Zepter hat ja der Häuptling. Ähm, was? Ähm, was? Dann steckt er dahinter. Er hat uns beide reingelegt, Guccio. Was er dir auch versprochen hat. Es war genauso falsch wie das Essen, das du mir brachtest. Okay. Ixil soll für seinen Verrat bezahlen. Kann ich auf dich zählen? Ja, bitte. Gibt es noch einen anderen Weg, als Ixil zu töten? Gibt es noch einen anderen Weg, als Ixil zu töten? Er versprach dir Freundschaft zwischen Kila und den Guccios. Lässt du ihn am Leben, wird er weiterhin Unfrieden sehen. Ja. Mit seinem Tod kehrt Frieden ein. Sein Versprechen ist dann erfüllt. Die Hike wollen es so, Guccio. Na dann. Gib mir dann halt dein Amulett. Hoffentlich fällt Ixil darauf rein. Gib mir das Amulett. Hoffentlich fällt Ixil darauf rein. Er wird, Guccio. Er wird. Vertraue auf unsere Hike. Sie werden dir beistehen. Aber genug der Worte. Hier, nimm es. Zeig kein Mitleid. Ähm. Was? Ach nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Ja, bitte. Na, das ist ja ein schöner Sauhaufen hier. Na, bitte. Dann schauen wir mal. Wenn wir den Ixil mal die Ohren langziehen. Und ihn ordentlich verprügeln. Und wieder zu seinen Ahnen wieder zurückkehrt. Ähm. Oder vereint es so. Zurückkehren wäre ein bisschen komisch, weil er müsste ja schon mal gestorben sein. Ne? Ja, wo ist denn das Büble? Wo ist denn das Büble? Da. Hey du. Äh. Der eine da ist hin. Baraka ist tot. Genau. Das ist doch ein Trick, Guccio. Es gibt niemanden auf Kila, der stärker ist als er. Anscheinend schon. Hier. Sein Amulett. Warum solltest du ihn töten? Wer sagt, dass ich es war? Wenn du mir nicht glaubst, sieh selbst nach. Ach ja. Er hat sicher was Falsches gegessen. Seine Leiche liegt nordwestlich von hier. Unterhalb des großen Tores. Ixil wird deine Worte prüfen. Wenn du lügst, erwartet dich der Zorn der Tivas. Jetzt ist es wieder Kamot. Du gehst leise. Huch, entschuldige. Ja. Äh. Ich wollte mich jetzt wieder porten. So. Das ist der schnellste Weg. Lalalala. 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 Und jetzt müssen wir da runter. Halt. Da ist eine Feuerblume. Ähm. Wir müssen da runter. Und äh. Dann müsste er irgendwann da unten stehen. Soweit habe ich auch schon gezockt gehabt. Und dann alles, was danach ist, ist schon wieder, was ich nicht weiß. Also hier müsste dann stehen bleiben, der Kerl. Das dauert jetzt aber ein Weilchen, weil der geht tatsächlich zu Fuß. Er nimmt auch nicht die Beine in die Hand. Er hat also keinen Stress. Jo. Das kann halt so mit ein Weilchen dauern. Ich trottel, bin ihm ja hinterher gegangen beim ersten Mal, als ich die Parts löschen musste. Ähm. Ja, das. Das habe ich mich jetzt, das habe ich mir jetzt erspart. Dafür können wir uns hier ein bisschen umschauen, ne? Da oben wäre eine Spinne noch zum Klatschen. Ich glaube, das können wir auch machen. Kämpfe endlich! Mach ich mir eine Mütze! Oh, es wird schon die Spinne. Hey, da gibt es Jade. Fisch. So. Nehmen wir die Jade mit, dass es nicht umsonst ist, ne? Die Warterei. Da, 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 da. Meine Güte, Leute, ich freue mich. Eine Woche noch arbeiten, dann habe ich mal zwei Wochen Urlaub, wenn ich es dazwischen kann. Wow. Wenn ich es nicht kurzfristig verschieben muss. Ach, das wird so cool. Ah, endlich mal. Der letzte Urlaub war schon ein halbes Jahr her. Uhu. Jetzt werden mir einige vor Neid wahrscheinlich am liebsten gerne ins Gesicht spucken. Aber ihr werdet irgendwann auch mal Urlaub haben, da bin ich mir sicher. So, der Sommer fängt ja erst an. Wie ist denn bei euch so das Wetter? Also bei uns war jetzt die vorige Woche echt Winterdepressionsstimmung. Wir hatten zwar keinen Schnee, aber bei mir zu Hause hatte ich fünf Grad. Also es war doch sehr frisch für Ende Mai. Unglaublich. Und immer so düster und finster bist du gescheit. Ich dachte schon, ich würde so in einer Düsternis stehen von Yonda, der Cloudcatcher Chronicles. Aber das war tatsächlich das Wetter. Aber heute ist mal schöner Sonnenschein. Das tut echt gut. Das erheitert das Gemüt ungemein. So. Ich glaube, ich kann schon wieder zurückgehen. Ich denke mal, er müsste jetzt gleich mal da sein, der Kerl. Ah, da steht er schon. Perfekt. Perfekt. Ähm, den Goldklee nehmen wir noch mit. Dann wäre einmal speichern anständig. Wo haben wir es? Da haben wir es. Ja, bitte. Und dann gehen wir schon los. Na du, hau'm Taucher. Was? Was du nicht sagst. Du hast X-Heal reingelegt. Na. Na, wie fühlt sich das an? So wie der Schmerz, den du jetzt fühlen wirst. Zeig sie ihm! Aber geh, du dir nicht so aufregen. Das ist schlecht für die Gesundheit. Du kriegst nur graue Haare für nix und wieder nix. Dann, da, da, da. Das. So. Auswand das jetzt. War das jetzt der Zauberschwamm? Die Abrechnung. So. Danke, Bauplan für Götterfunken. Oha. Okay. Und die Barmeta renne ich jetzt einfach rauf. Das passt schon. Hallo. So, mein Guter. Auftrag ausgeführt. Exil verbreitet keine Lügen mehr. Kampa der Kila ist nun wieder sicher. Ich sehe ich nix. Ich werde unsere Hike um Vergebung für Exils Seele bitten. Jo. Du jedoch hast eine große Tat für den Frieden vollbracht. Hoffentlich. Du kannst stolz auf dich sein, Ucho. Na, danke. Jemanden zu töten. Baraka wird wachen. Ja. Ich glaube nicht, jemanden zu töten, dass das... ...dass das einen mit Stolz erfüllen sollte. So, ich will hier rein. Bitte. Vielleicht soll ich das jetzt auch noch Bescheid sagen im Dorf. Dem Häuptling, dass wir ihm auch geholfen haben. Jo, und dann... Hm. Habe ich keine Ahnung, wie ich da durch das große Tor kommen soll. So, da trinken wir mal wieder einen Schluck. Der arme Teufel muss eh so viel laufen in dieser Montur. Da ist er sicher immer durstig. Und so ein guter Schluck tropischen Regenwassers ist sicher erfrischend. Da. Der putzt sich mal. Exil ist tot. Exil ist tot. Ganz trocken. Xi, die Krankheit aller Gutschoß war sein Verderben. Aha. Und das wäre? In eurer Sprache nennt man es Gier. Verstehe aber, nicht jeder ist so. Xi, und doch tragt ihr sie in euch. Ob sie ausbricht, entscheidet ihr selbst. Auch wenn Exil seinem Stamm viel Kummer bereitet hat, so ist sein Tod ein großer Verlust. Ich werde unsere Kiki bitten, dass sie seinen Übergang in die Schattenwelt vorbereitet. Geh nun, Gutscho. Ja. Herrschaftszeit. Die Kieler sind ein starkes Volk. Ja, ja. Darf ich jetzt endlich mal da durch das große Tor bitchen? Das kann ja nicht sein. Ich muss mir vielleicht noch was durchlesen nochmal. Beim... Kannst du mir was beibringen? Beim Mut vielleicht. Vielleicht komme ich da noch drauf. Warte kurz. Es kann ja nicht wahr sein, dass ich da nicht durch darf. Das große Tor. Baraka lässt mich nicht durch das große Tor. Durch das große Tor. Er sagt, bevor ich mich nicht als würdig erwiesen habe, diesen heiligen Boden zu betreten, lässt er mich nicht vorbei. Er meint, ohne das alte Wissen zu lernen, zu kennen, werde ich nicht würdig. Ich habe keine Ahnung, wovon er da redet. Aber Baraka meint, das alte Wissen selbst wird es mir sagen, wenn ich es erst einmal gefunden habe. Die Nervensäge. Wer zur Hölle? Welcher Idiot hat diesen verrückten Mut bei den Piraten aufgenommen? Der Kerl ist eine absolute Katastrophe. Ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt bei seinem losen Mundwerk. Ich fürchte, ich werde ihn nicht so einfach wieder abschütteln. Er will unbedingt in den Tempel im verbotenen Tal und ausgerechnet ich soll ihm dabei helfen. Ich werde ihn sicher nicht in meinem Kahn mitreißen lassen, aber hier auf Kieler kann ich kaum verhindern, dass er mir nachläuft, sobald er mich sieht. Entweder ich blieb ihm die Fresse und schicke ihn in die Wüste, oder ich tue, was er will, sonst drückt er mir nicht mehr von der Pelle. Okay, also das große Tor. Wenn ich das jetzt als Aufgabe markiere, bringt es mir was? Nein, nicht wirklich. Ich muss mich als würdig erweisen. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich da noch machen kann. Die gnädige Frau kann mir nicht helfen. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen Questgeber. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht da hinten irgendwo noch irgendwas. Aber da war nur der eine gefangen, ne? Eine Steintafel. Die habe ich mir schon alles... Das ist schon, oder? Taschendiebstahl, nee. Hm. Schön. Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Was ich jetzt noch machen könnte hier. Und ich traue mich nicht nach... Boah, boah. Schau. Kannst du mir zeigen, wie ich so viel saufen... Wie ich auch so viel saufen kann. Okay, bring was bei, aber die Jagd. Okay, der ist immer noch benommen vom Alkohol. Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kann jetzt nur noch einmal das Dorf abrennen. Ich bin kein Alchemist. Ich kann nur noch einmal das Dorf hier absuchen und hoffen, dass ich noch irgendwo... Boah. Das sollte ich nicht machen. Irgendwo eine Quest bekomme. Ansonsten... Er wird so schnell uns nicht aufnehmen bei den Schamanen. Wahrscheinlich erst dann, wenn wir die anderen Grüppchen gefunden haben. Hm? Was schaust du dir dann an? Hallo, Bahati. Lass uns handeln, okay. Lass uns handeln. Ich schau mal, was ich so hätte. Schädelohrringe, okay. Totenschädelbronze und so weiter. Jagdtrophäen. Jagorherz, Tatze, Knochen. Rezepte. Hm, nö. Ich glaube sogar, ich lasse mir was beibringen bezüglich der Jagd. Hier war ich noch nicht. Schande. Schande über mich. So, dann schauen wir mal nach, was es hier gibt. Fackel und Äffchen schädeln, nehmen wir alles mit. Und altes Wissen. Richtig mal kurz. Danke. Altes Wissen. Ja, mehr ist da, glaube ich, nicht. Was soll man eigentlich mit diesem alten Wissen machen, ne? Ja, ob darin des Rätsels Lösung ist, ich glaube nicht, aber... Ähm, benutzbar, glaube ich. Altes, war das... Äffchen. Blunder. Fällt es unter Blunder? Ach ja, da kann ich Muscheln machen. Na also, na also. Geschafft. 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 Da kann ich Muscheln machen. Geschafft. Ja, ich bin auch geschafft. Ähm, altes Wissen. Ein Schlüssel zu werden. Ich befürchte, dass das nur bei den Magiern dann gehen wird, ne? Kann ich mir vorstellen. Hm. Puschel. Eine Rassel, ja genau. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist hier irgendwo eine alte Steintafel, wo was draufsteht, wie man das mit dem Tor machen könnte. Aber müsste dann so eine alte Tafel nicht in der Nähe vom Tor sein. Ich meine, wir könnten... Ich hab keine Ahnung. Ich könnte mich schon nochmal dort umschauen. Vielleicht ist hier irgendwo was versteckt. Na, hier gibt es ja noch ein paar Viecher. Da wäre, glaube ich, ein Panther. Da wäre ein Alligator, glaube ich. Ich probiere es jetzt einfach mal. Da hinten gibt es, glaube ich, noch... Ähm, warte. Da hinten ist, glaube ich, noch Gehir. Wachsenschwein. Alter, alter, alter. Sack. Sack, zack, zack. Weil vielleicht habe ich ja irgendwie ein Idioten-Glück und ich finde an, was ich suche, ne? So. Schweinchen einmal. Hier mit deinem Fleisch. Ähm, was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Danke. Fleisch und Fell bekommen. Das ist sehr gut. Und das wünsche ich mir halt schon auch bei den Feuervögeln eigentlich, dass die uns da auch was zum Essen geben könnten. Aber das scheinen die nicht im Programm zu haben. Da hat es gerade ausgeschaut, wenn da eine Höhle wäre, aber da ist nichts. Das war jetzt gerade nur so eine falsche Einbildung von mir. So, da drüben müssten noch, ähm, ich glaube, da waren, waren hier Sand, na, Spinnen waren da, glaube ich. Ich glaube, da drinnen waren Spinnen. Oder kommt eine. Irgendwie so. Und ich glaube, das ist wieder eine Truhe, die ich nicht öffnen konnte. Soweit war ich auch schon. Ach, soweit war ich überhaupt schon. Die Spinne hatten wir schon. Okay. Also, Warzenschweine gekillt. Bast. Ja, und dann heißt es halt mal vielleicht schauen hier, ne? Ob da irgendwo was versteckt ist. Steintafelmäßig, ne? Vielleicht muss ich auch ein Äffchen darum bitten, dass, dass es mir hilft. Da vorne hat man den Alligator. Kämpf endlich! Schlitzen wir ein Ducky! Au. Bones. Au. Au. Bones? Jawohl. Ja, zückt man sein Schwert. Au. Eigentlich wollte ich den stehen lassen, ne? Au. Ich wollte ihn eigentlich stehen lassen. Ähm. Ach ja, ich wollte mir auch noch was bei der Jagd beibringen. Bin so dumm. Bin ich nochmal weg. Ah. Jetzt habe ich den Parakel vergessen. Hoppala. Jetzt habe ich den Parakel dummerweise vergessen. Aber wenigstens eine Zunge bekomme. Warte mal, ich muss kurz weg. Das, äh. Mist. Das war jetzt nicht schlau von mir. Ich wollte noch was lernen, ne? Danke. Warte, das machen wir gleich. Gehen wir sofort zum Parakel. Das war jetzt meine Schuld. Hätte ich können, den Alligator besser ausnehmen wahrscheinlich. Weil Krallen sind, glaube ich, noch zum Lernen und Zähne, glaube ich, oder? Und wir haben über 3000 Goldmünzen. Also müsste da doch was zu lernen sein. Weil wir brauchen das Zeug schon. Ich trinke noch schnell was. Ähm. Wir brauchen das Zeug auf jeden Fall, damit wir Münzen kriegen. Viele Münzen kriegen. Damit wir Sachen lernen können. Weiterhin. Hallo. Äh. Jagd beibringen. Bring mir etwas über die Jagd bei. Bitte. Ah. Hörner nehmen war noch. Okay. Die Hörner nehmen. Ja, bitte. Ich möchte Tieren, die Hörner ausreißen können. Ja. Kein Problem, Hoshi. Ja. Danke. Das war's schon. Saufen. Kannst du mir zeigen, wie ich auch so viel saufen kann? Das ist nicht schwer, Guccio. Frag einfach Burbur. Trinker lernen rum ist seit jeher das lebenselixier der Seefahrer und Piraten. Erhöht die Wirkung von Fusel, Grog und Rum um 25% pro Stufen. Ah. Dafür bin ich nicht gut genug. Fällt mir die Härte, gell? Warte. Härte 40. Das kriegen wir hin. Das wär nicht schlecht. Was haben wir? Die Härte 30. Zwei dazu. Ich bitte darum. Ähm. Ja. So. Das machen wir noch. Und dann sind wir eh pleite, Vera. Glaube ich. Ja. Dann sind wir ziemlich pleite. Das ist mir wurscht. Saufen können. Ich überspringe das mal und trinker lernen. Bring mir bei, wie ich die Wirkung von Schnäpsen verstärken kann. Werde ich tun, Guccio. Danke. Trinker meistern gibt's auch noch. Nochmal um 25% erhöht. Buh. Das Geld hab ich nimmer. Und so viel Härte hab ich auch nicht. Das muss der Wahl mal reichen. Äh. Dann wär noch gut, Handel zu treiben. Wo ist sie denn, die Gute? Kannst du? Hat sie? Rum, glaube ich, wird sie nicht haben. Dann muss ich runter zu den Piraten wahrscheinlich. Lass uns handeln. Fürchte ich. Ja. Ne. Glaube ich nicht, dass die sowas hat. Äh. Ne, ne. Ne, ne. Tolche, Taschen, Diebstahl verstärken. Hm, ja, das wär auch nicht schlecht. Ähm, ne. Danke dir. Tschüssi. So, ähm, dann bohrt ich mich noch schnell zu den Piraten runter, um Gottes Willen. Und schau, ob ich noch ein bisschen rumkrieg. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Ähm, und dann probier ich nochmal bei den Viechern, ne. Jetzt könnten wir auch diese Rhinos klatschen. Jetzt müssten wir nochmal seine Hohen bekommen. Hallo. Buus. Hättest du was? Der Rum. Ist nicht Buus. Wo ist Buus? Mit B. Ah, da ist er. Mein Gott, hat sich gerade auf die Finger gehauen. Hi Buus. Kannst du mir, äh, was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Riskiere einfach einen Blick. Ja, bitte. Und zwar, ich hätte gerne Grog. Platymeri muss nicht sein. Frumm. Zehn Stück. Boah, Schiviki. Verkaufen. Den Krabbenstecher. Den brauche ich überhaupt nicht mehr. Kristallnadel will ich nicht hergeben. Das ist ja ein Schmuckelstückchen. Stückchen. Äh, bin Blunder. Wenn wir mal schauen, ne. Schrott. Perlen. Auf alle Fälle alle. Schatule. Affenstatue. Braucht eh keine Sau. Die Königsmaske normal auch nicht. Äh, die schwarze Perle. Hätten wir auch schon fünf. Bringt ne Menge Gold. Ja, warum net. Diamanten will ich noch behalten. Jatestein oder... Ja, wohl passt schon. Knochen. Hm, Hauer hätte ich einen. Augen. Warzenschwein. Fell. Das müsste gehen. Jaguar-Fell, Gorilla-Fell, Bander-Fell, Silber-Rücken-Fell. Die letzten Worte, die sind... Die möchte ich noch behalten, glaube ich. Eine Schaufel, zwei Spitzhacken kann er haben. Krug und Messer kann er haben. Gabel von mir aus auch. Meißel zum Jade-Schnitzen. Habe ich jetzt beide hergegeben. Warum? Na, ich will eine Meißel... Achso, ich habe noch einen Meißel. So war das. Hoppata. So, verkaufen. Ähm. Goldpfanne, Hammer, Schmiede, Hammer, einen. So, ich glaube, das ist dann schon okay. Benutzbar. Was könnte man da noch weghauen oder weggeben? Ähm. Keine Ahnung. Na, ich glaube, das ist schon okay. Dann könnte ich noch was kaufen. Und zwar noch mehr Fusel nehmen wir mit. Rum nehmen wir mit. Sechse. Ja. Handel akzeptieren, ja. Das ist schon mal gut. Da haben wir schon wieder richtig gut aufgefüllt. Wir sind zwar komplett pleite, aber ist ja wurscht. So. Saphir-Ausrüstung benutzbar. Genau. Den Fusel packen wir wieder hier hin. Und den Grog packen wir da hin. Ich glaube, ich werde das ein bisschen aufteilen. So und so. Genau. So ist es mir lieber. Passt. Gut. Dankeschön. Und jetzt nochmal zurück. Und deppert es hin und her. Tut mir leid. So. Äh. Genau. Jetzt werden wir noch ein paar Spinnen klatschen. Und ich hoffe mal, dass wir irgendwo drauf kommen, was der mit altem Wissen meint. Könnte ein Äffchen da hochklettern? Ich meine, bringen tut sie es nix, ne? Das ist mir echt ein Rätsel mit dem... Mit dieser Hüte. Ah, vielleicht müssen wir auch einfach nur weiterreisen. Aber dann haben wir auch das Problem mit dem... Mit dem Schiff. Wir haben ja kein Schiff. Wir können nur mit unserer Schaluppe nochmal weiter. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Ach, schon wieder Mut. Echt, du bist lästig. So. Du lästiges Ungeziefer. Alter. Ja, ja, ist schon gut. Hab schon gemerkt. Alter. 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 So, ist jetzt genug. Jetzt geh ich jetzt mal weg. Jawohl. Die hat gesessen. Scheiße. Ja, scheiß Spinnen. Also das hätte ich jetzt nicht besser formulieren können. Ehrlich nicht. So. Ui. Da gibt es jetzt ein Sichel- und Spinnenbein. Das hat sich ja voll rendiert, jetzt das zu lernen mit dem Horn entnehmen. Jetzt können wir auf einmal viel mehr looten. Ist das normal? Vielleicht fällt das ja unter Horn ein Beinchen. Dann hat jeder von uns zwei Hörner. Habt ihr das gewusst? Ein linkes und ein rechtes Horn. Ja. Gut. Dann hätten wir hier noch einen Panther. Da oben. Zack. Ich glaube, ich sollte ein bisschen ausweichen noch. Da oben wären noch Krallenäffchen. Mut, geht doch mal weg. Los, doch. Ach, jetzt hau ich schon wieder den Mug. Der ist so lästig. Kämpfe endlich. Ich muss ja wurscht, wenn er runterfällt. Wir müssen sowieso wieder runter. Zack. 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 Du könntest mich mal heilen. Daneben. Ist so gut. Danke. Schau. Brauche ich nur sagen. Mach das schon mal. Der kann nicht hören. Au. 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 Entschuldigung. Mut. Ich bin ein Mutverprügler. Nicht sehr. Nicht sehr nett. So. Dann schauen wir mal, was der Jaguar für uns hat. Ups. So. Pantherfell. Okay. Da ändert sich nichts. Ja, bitte. Ah. Danke. Da haben wir noch ein paar Krallenäffchen. Die machen wir auch platt. Vielleicht haben die jetzt auch Krallen für uns. Oder Zähne. Irgend so was. Oder beides. Der ist schon mal hin. Wow. Hoppala. Ja. Immer fest drauf. Da. Da. So. 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 Da ist auch eine Blume, die ich gerade sehe. Also eine Pflanze. Prast. Baumwürder. Okay. So. Die haben irgendwie witzigerweise gar nichts für uns. Die sind nur aggressiv. Aber die haben irgendwie nie welche Items für uns. Ich schaue mal, ob die beiden zufällig was hätten. Also wie es ausschaut. Meh. Nö. Nein. Die sind einfach nur Säbelfutter. Wasser. So. Gut. Dann hätten wir das schon wenigstens schon mal. Jetzt ist nur noch die Frage, wie das geht mit dem alten Wissen, ne? Baraka wird wachen. Du, Baraka, ich würde da gern rein. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas versteckt ist, was uns helfen könnte. Aber vielleicht ist es ja wirklich so gedacht, dass wir jetzt weiter segeln müssen. Dass wir vielleicht tatsächlich nach Antigua jetzt müssen. Zu Admiral Dingsbums. Alvarez. Vielleicht. Dass dann irgendwie Jack der Meinung ist, ja Junge, du bist doch, du bist doch stark. Oder müsste ich irgendjemanden verprügeln? Ich habe keine Ahnung. Hätte man ihm vielleicht den Alk geben müssen? Ähm. Ach. Nix. Geh weg. Der Pat ist auch schon wieder zu Ende. Na gut. Kann man nix machen. Dann war's das wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.